Mikrofon muted. Was sterben die alle weg? Keine Ahnung. Das wär mal ein lustiges Battle gewesen. Weißt du, wir wollten es eigentlich so machen, dass keiner unser Lager findet. Und was ist der Erste, der sich geportet ist Wilms? Hä, weil seid ihr denn so sicher, dass er sich geportet hat? Das hat Michi gesagt. Ja, ich hab nichts gesehen von wegen Wilms TP zu hierhin oder dahin. Seht ja auch nicht da drinnen. Ja, aber soll Michi das denn wissen? Das hat Michi nicht ihr Mikrofon ausgemacht. Loll. Sorry. Mikrofon activated. Wieso, wieso mute ich mich immer nur, weil ich nicht rede. Hast du dich gebutet? Nein. Bei was? Alter, ich finde nicht mehr so krass. Hast du Blöd auch bei dir? Die eine. Und das sind zwei Schweine. Äh, Leckrochenbörn. Ich hab' mich gestürzt. Oh, Leckrochenbörn. Der Leckrochenbörn. Der Leckrochenbörn. Der Leckrochenbörn. Ich hab' zwei Jahre gehört. Ja, ich krieg' aufs Maul vom Skelett. In unserer Höhle. Brauch' nicht Spaß! Muss ich echt das Bild öffnen? Warte, ich kann die Koordinaten fragen. Ja, mach' mal. Du faul, der schreibt sich das gar nicht erst auf. Du hast doch die Koordinaten, Tobi, aufgeschrieben. Dann sag' ihm die doch. Ne, dann wissen die anderen das ja. Warum? Hast recht. Ja, und? Ups. Meine Schuld. Na, cool. Äh, Michi? 384, 66, 454. 384? Ja. Und selbst? 385, 66, 445. Ähm. 345. 384. 384, 66, 440. Okay. Komm' jetzt! Der Mathekühler. Oh, die Scheißkuhle. Ja, ist Mathegenie aufgewollt. Ja, aber du. Du hast doch noch eine Kuh dabei gebraucht. Mindestens zwei leider. Ja, leck' ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich seh dich überhaupt Hunger. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Weil ich glaub' ich tschüssische als Kuhjepunger. Zu spät. Ja. Da war'n so Fili-Kühel. Die war'n gleich am Anfang. Ja, kein Wunder am Sport. Da war'n ja auch jede Menge. Am Spawn. Ja, wir sind doch voll am Spawn. Das ist kein Chef, das ist wirklich nicht weit weg. Einfach nur durch den Wald da vorne geht, nicht der darf. 300 was? 384, alles klar. Jetzt sag' ich's dir nicht mehr, weil du keinen Kühl mehr dabei hast. 384 und 451. Okay. Also ich bin voll weit weg. Ach ne, hier ist schon Wasser. Sehr gut. Aber ich glaub' die falsche Seite. Oh Mann, ey. Ich muss nur nach ner Brücke suchen. Die ist wo? Ich warte jetzt auf die Brücke, wenn sie fertig ist. Stehst du am Rand, oder was? Ja, da ist er. Der ist immer noch nicht fertig. So gut wie. Okay. Hinten Säcke Fische, was? Wer bist du jetzt? Ja, ich geh' grad zu den Koordinaten. Ja gut. Oh, Eisen. Ich hab' 22 Kohle gefunden. Yeah, ja. Ach, hier muss ich lang. Oh. Jetzt hab' ich nicht mehr. Jetzt hab' ich nicht mehr. Hunger. Jetzt bin ich scheiße. Ich bin fast da, aber das reicht nicht. Steh' in der Kühe? Nein, das ist ein Erdblock. What? Alter! Hä? Wo ist der? Loll? Auf der Insel. Was für eine Insel? Die hier? Um dieses Lücken, wir können wieder umziehen. Ich weiß nicht, woher. Äh, nur weil die was anderem ist. Ich weiß, was drauf. Ich weiß, was drauf. Ich weiß, dass die nächste unten klauen wird. Ja, geil. Ich blaune. Bau ne rote Blume ab, kriegt ne blaue Orchidee raus. Sehr gut. 324. Lass hab' ich. Nicht so blöd, um Koordinaten zu merken. Nicht so blöd, um Koordinaten zu merken. Nicht so blöd, um Koordinaten zu merken. Ja, Kür. Ja, Kür. Es. Ja, das krieg ich auch nichts für. Bring' sie mit. Ich hab' kein Weizelus, den muss ich töten. Nein, Tobi, hör doch auf die Tür. Mich hat doch welche. Na, da eben nicht. Wahrscheinlich hast du dieselben wie mich. Ja, ich zieh' dich aufs Wasser, oder was? Könnte unter Umständen sein. Ne, da war Wilms. Ich glaub, die sind weg. Alter, ohne Spaß. Sind Schafe. Ja, die geben kein Essen. Ja, die geben kein Essen. Umlobisch eigentlich. Alter, keine Rückmeldung. Richtig, die Meisterschaft schon dauert ab. Sehr gut. Ja, immer so sind's noch ne Sekunde. Irgendwie immer würden wir so ne Season aufnehmen, wo Wilms Racing dabei ist. Ja, wow. Boah, jetzt erst Holz erwischt. Das ist aber mitgekommen. Oh. Oh. Oh, Eppel. Ja. So, warum muss ich jetzt lang? Hier? Ach, die Brücke ist immer noch nicht fertig. Ja, ich bin aber... Tolle Sau, du. Hey, ähm. Hm. Was war Z nochmal? Weiß ich nicht. 400... 450. 400 irgendwas. Okay. Und X 384, wa? Hoffe ich. Okay. Und bin ich bald da. Das muss jetzt reichen für die Brücke. Ja, da ist die Brücke. Ich bin da. Ich hab jetzt nochmal 100 Steine. Naja, eigentlich 90, aber egal. Genau. Ich lebe hier mal drüber. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wo Tozny war, aber... Ja. Aber wenns jetzt wieder Tag ist, dann kannst sich auf die Suche nach 2 Kühen machen. Ähm. Was? Ok. Wenn es jetzt wieder Tag ist, kann ich hier sich auf die Suche nach 2 Kühen machen. Welche Kühe? Bitte was? Geh einfach mal über den Berg vorbei, haberig. Hoffe ich. Wie gesagt, wenn Tag ist... Ja, jetzt auf jeden Fall Ja klar, wir nehmen Ich habe immer zwei Äpfel, die fresse ich jetzt erstmal Ich brauche nur noch anderthalb Essen Ich habe fast voll Erst mal anders hinsetzen So, bisschen Musik, bisschen lauter Das geht mir auch gerade voll so So Ah Was für eine Schwierigkeit steht das, der war eigentlich normal? Hardcore Keine Ahnung Für mich steht hier immer auf Hardcore, egal was ist, immer auf Hardcore Sonst bin ich zu gut Du hast nie wollt bestimmt nur mal Hallo sagen Ich weiß Vielleicht wollte ich mich auch umbringen Wow, das wäre typisch Adi Aber legitim Noch nicht, what the fuck Wie viel habe ich denn noch, Festsplatte? 268 GB, alles klar Ich bin voll, what the fuck Ja Die Brücke ist fertig Neu, ein Tombi Nein Du verstehst, was ich meine, oder? Wem lauerst du? Ich glaube mit mir Mach's schon Alter, ich bin voll Ich bin voll Es ist schon 21 Uhr 21, hallo Oh, 21 Uhr 21, man denkt an dich Ah, Adebuchi Komm, wir gehen runter Doch, wir gehen runter Nein Ich will jetzt nicht runtergehen Ich hab Ich hab Du kannst runtergehen Ich hab Ich hab Ja, ich auch Was mir gegeben Wir hätten hier das mit dem Blümchen verschönert Ich schätze mal Tobi Nein, Michi, der Schwucke Mein Homo Ah, sollen wir mal Thema anschlagen? Was denn? Ja, was denn? Ich weiß nicht, ob Michi es mitbekommen hat, aber Nils wahrscheinlich Ja, hab ich Weißt du, was du das mit dem Schwulen-Ding meinst? Mit der Outung von Thomas Witzberger Tobi? Ja Ja Was denn? Achso, ne, war das alles cool Hallo, das waren Themenanschläge Ich weiß, du wolltest mit dem Was, 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 was Was sagst du? Was ist deine Meinung zu der Outung von Thomas Witzberger? Ja, ich denke Ja Das fängt schon mal sehr gut an Denken ist immer gut Vor allem in der Kirche Ich kann meine Koordinaten, glaube ich, wieder schließen Jetzt hat sie wieder gesehen Scheiße Alles klar Was mach ich jetzt hier eigentlich dumm auf der Kiste hier rumstehen Äh, Ofen Ja E C, alles klar Alter, mein Großmembraner spart gerade rum Ich kann nicht mehr mit dem Großmembraner Da hat meine Spitzhackenabgang gemacht Du bist in der Höhle Oh, da schreckt man sich Wo ist Michi? Am Arsch Ich steh hier Michi, nimm mal meine Sachen Ah ja, mir vertraust du sie nicht an, genau Okay, du Pop Äh Wieso schreibt er das in Chat? Ich habe nicht geschrieben, das ist Realität Relief Okay Relief, was ist das denn? Mit F Geh doch einfacher trinken hier, das dauert ja ewig Gleich geschafft Oder lass mich von Michi erschlagen Ich bin bei der Adventure Map Wo ich nicht dabei sein darf Stimmt eigentlich Gute Idee, Tobi So, da gib mal ein paar Sachen wieder Ein Viertelstack hab ich schon mal wieder an Eisen Mir reicht eigentlich, äh, Weizen Ja, Weizen Weizen, mehr bräuch ich nicht Also nicht Weizen, sondern Ja Samen Das, was du gerne im Säckchen hättest Ja Geht's hier rum Weizen, weizen, ich schlag Thema an und was macht ihr? Ihr ignoriert das eiskalt Was sagt ihr dazu eigentlich? Nächste Woche ist schon ein Kampf Mann, das wär ein vernünftiges Thema gewesen, ne? Ohne Scheiß Ja, eigentlich ja schon Aber wir sind Michael Zock, Trammler und, äh, Nils und Was? Fuck you So, sowas gibt's hier nicht Ernst des Heben Ja, hat's vielleicht sowas gibt's hier wirklich nicht Das ist ja Quatsch, also, hallo? Ich mein, wer sind wir denn? Ich mein, wir sind bei Michi Erstmaaaaaaa Ja, und ist bei Tobias Ja Schnitzel, ich will auch Schnitzel Den Bus soll ich wegmachen? Kannst du selber Aua Ja Tobi Was machst du da? Ja Was soll ich machen? Ähm Was brauchst du da? Ein Schwert Weil du meins gesehen hast Vielleicht und vielleicht noch den Rest der Rüstung Nicht Was ist denn ein Rüstung? Ja, so, der verwendet alles für sich der Bob Ich hab's jetzt mit so ne Brustplatte Ich weiß Ja, ich auch Ja, komm mal her Ja, komm mal her Ja, komm mal her Müll entsorgen Was willst du? Okay Ich helf dir Wo kommst du mit Farm, Michi? Wollten wir nicht jetzt eigentlich hier, es wird doch sowieso Tag Hier geht hier mal und lass mich wieder Äh, ich wollt doch, hier Kühe, genau Oh, ich hab voll Hunger Oh, ich hab nur nix, okay Hör auf, zu essen, nix Ich bin fast fertig Wollt doch Kannst du für schützen werden? So, schnitzel in Michi, sie lappenform Ich hätte das schon um 6 Uhr oder so Loll 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 Michi feitet Ach, ähm Am, am Inseldingens stehen nur zwei Typer Ja